Der Crash war zu gut. Und ich schreibe auch noch voll da mit rein. Ah, Mann ey. Ah, dammit. Uh, das war jetzt Glück. Oh, das war jetzt. Oh, das war jetzt. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich werde wohl doch länger brauchen als diese 2 Stunden 40. Gut, habe ich heute ein bisschen früher aufgenommen. Oder beziehungsweise, zum Glück habe ich heute etwas früher angefangen aufzunehmen. So. Gut. Gut. Komm schon. Das zweitletzte. Dann kommt nur noch das Engine-Labor. Gut. 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 mit dem hier drüben toll Und verpasst er es noch, Vollhonks. Und verpasst er, 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 Vollhonks. Also, die letzte CTR-Herausforderung. Sollte es doch auch irgendwie gehen. Und verpasst er, Vollhonks. Und verpasst er, Vollhonks. Ah, Gott dammit. Ah, Gott dammit. Und verpasst er, Vollhonks. Und verpasst er, Vollhonks. Und verpasst er, Vollhonks. Gott. ... Nichts ranfahren, bitte! Haha, jetzt kommen wir wieder erster. Ah, komm jetzt! So, jetzt werden sie keine Chance machen. Geht doch! Gleich beim ersten Mal geschafft! Gut, gut! Gut! Dann noch das Relay und dann können wir zum Oxid-Bereich gehen. Aus dem Weg! Ah, verdammt! Gut, gut! 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 Na toll. War ganz gut hingekriegt. So reist garantiert nicht mehr. So sowieso nicht. Schade, eine Kisse verpasst dich. Aber von Gold wird es trotzdem reichen. Locker. Gut und damit haben wir auch schon alles fertig. Jetzt gehts an die Cups. Drei oder vier kann ich heute schon noch schaffen. Aber danach wird es schon schwierig. Das ist ein Relikt. Das ist eigentlich egal worturch, beide Wege sind etwa gleich lang. Aber aus irgendeinem Grund haben sie hier eine Abkürzung gemacht, die gleich zum Schneegebiet führt. Warum auch immer. Jetzt geht's zum Edelsteintal. Und wir machen zuerst die Cups. Dann noch eine weitere Sequenz. Es ist eigentlich egal welchen wir zuerst machen. Diesmal den Lila. Jetzt werden wir also gleich mal gegen die Bosse an. Aus dem Weg. Wir machen die Bosse an. 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 Blem, nicht schreut. Mit wem. Das war's für heute. Ja genau, macht euch nur gegenseitig kaputt. Mir doch egal.